Das Taxi nach Hause für die auf der internationalen Raumstation festsitzenden Astronauten Budge Wilmore und Sonny Williams ist an der ISS angedockt. Die Crew Dragon Kapsel von SpaceX soll die beiden zurück zur Erde bringen. Bis es allerdings soweit ist, soll es noch bis Februar nächsten Jahres dauern. Am Sonntag stießen zunächst NASA-Astronaut Nick Haig und der Roskosmos-Kosmonaut Alexander Gobunov zur Crew auf der ISS. Ursprünglich sollten Wilmore und Williams mit einer Starliner-Kapsel von Boeing die Raumstation wieder verlassen. Diese war allerdings kurzfristig als ungeeignet für die Rückkehr zur Erde eingestuft worden. Aus der geplanten achttägigen Mission ist so eine achtmonatige geworden. Die beiden sollen nun im Frühjahr gemeinsam mit Haig und Gobunov an Bord der Crew Dragon nach Hause zurückkehren.